hallo mein lieben und herzlich willkommen auf meinem kanal wir waren im letzten video stehen geblieben und zwar hierbei das war die letzte seite wo wir angefangen haben hier haben wir schon auf unsere klappen hier papier eingeklebt und hier drinnen wie ihr seht schon einen neuen briefumschlag gemacht und den hier reingelegt ich finde das passt besser wie der blaue und ja die fotomatte ist auch noch drehen ja damit das hier nicht so stehen bleibt werde ich wahrscheinlich noch versuchen irgendwie ein magnet hier zu verschaffen gucken wie wie ich das tun werde und ich möchte auch noch denn hier steht schon ich möchte gern mit siegel wachs ja vielleicht ein siegel bei dem einen oder anderen briefumschlag noch machen deshalb habe ich mir das mal rausgenommen damit wir da später mal gucken können ob wir da nicht vielleicht noch so ein siegel wachs hier drauf tun wie gesagt das werden wir sehen was da noch alles kommt briefumschlag einfach normal und den werde ich mir jetzt einmal so hier reinschieben damit das nicht so stört wenn wir jetzt arbeiten werden so lassen das dann mal hier drin entschuldigung ich habe ein frisch im hals kann sein dass wir das vielleicht nur ein bisschen dekorieren vielleicht ein blümchen drauf oder so wir werden sehen auf jeden fall werden wir jetzt mal hier anfangen und hier wusste ich ja nicht und da nehme ich einfach dieses rote dieses fuchsia teil wo habe ich das denn jetzt moment mal ein bisschen hier fangen wir erst damit an dann haben wir das schon gemacht und brauchen nicht mehr daran zu denken also da werde ich mir einfach jetzt so ein teil ausschneiden und dann hier drauf kleben dann kommt das auch ein bisschen mit der anderen seite da haben wir dieses papier ja auch dann passt das wieder ich werde mir einfach mal hier ohne jetzt zu messen einfach abschneiden und dann hoffen dass das gut so ist und dann werde ich mir am besten wie tue ich mir das jetzt am besten ich denke ich mache das mal hier wie war der trick trick 7 schon wieder also hier eine markierung und hier eine markierung und da werden wir dann schräg schneiden ich nehme die große schere das ist So, und das kleben wir dann da drauf und gucken wir auch noch hier, machen wir das gleiche nochmal. Bin ich überhaupt im Bilde? Ich weiß es nicht. So, und dann kleben wir uns diese Teile mal hier drauf. So, dann haben wir das schon gemacht und können dann innen gucken, was wir innen dann machen auf die beiden Klappen hier. Ich habe so eine grobe Idee, was wir tun können und gucken, ob das hinhaut. Das weiß ich nämlich nicht. Ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, sagen wir mal so. So, Ideen hat man ja immer, das wisst ihr ja. Und dann, ja, muss man halt einfach nur mal versuchen. Heute haben wir auch schönes Wetter, also kein Sturm. Dann kann es also ein langes Video werden. Wir werden sehen, wie lange ich aushalte und ungestört arbeiten kann. Wir werden sehen. Und dann, ja, gucken mal, was wir alles so geschafft bekommen heute. Ich lege den mal da hin, dann stört der nicht. So, dann hätten wir das und da kommt ja hier unsere Fotomatten. Dann werden wir auch noch, ja, wie nennt man das, eine Matte drauf tun und dann gucken. Ich habe da auch noch eine Idee, aber das machen, das ist ja erst nachher. So, jetzt kommen wir hier zu diesen Teilen. Und, ja, was nehme ich da für Papier? Damit fängt es schon an, ich weiß es nämlich nicht. Ich gucke jetzt mal, was haben wir hier noch alles? Ne, ich glaube, davon nehme ich nichts. Ich habe so eine grobe Idee, was ich gerne machen möchte. So eine grobe. Aber, ob das jetzt so funktioniert? Mal gucken. Ich glaube, ich nehme hier aus diesem coolen Block, wo ich hier habe, dieses Papier hier. Habe ich jetzt eins? Ja. So. Wie gesagt, das ist so, diesen Block hier, das sind so, ähm, der Notizblock steht hier drauf. Das ist, wenn man in, äh, wie soll ich sagen, wenn man in Druckereien arbeitet, da kommen ja oft diese Händler. Und die bringen einem immer was mit. Und das hier, das ist auch so ein Teil davon. Ich habe ja in einer Druckerei gearbeitet, vor Jahren. Und, äh, ja. Dann bekam ich immer solche, solche Blöcke, die habe ich dann natürlich mit nach Hause gebracht. Und deshalb habe ich dann auch verschiedene Papiere, äh, deshalb, ja. Wo man sie bekommt? Keine Ahnung. Also, wie ihr seht, ähm, das sind so Muster eigentlich, ne? Und, äh, ja. Dann werden sie halt so verwenden. Das ist auch eine schöne Grammatur, finde ich. Und, äh, ja. Deshalb nehme ich das so. Nur zur kleinen Info. Nicht, dass jemand fragt, wo, wo man das bekommt. Außer ihr findet sowas auf dem Internet. Kann ja sein. Aber auf jeden Fall ist das, ja. Das ist aus meinem Bestand. Und, ähm, so wie beim letzten, das, äh, Wellumpapier. Also Transparentpapier oder wie, wie man das dann halt nennt. Und, äh, danke an Renate für den Tipp, wo man das kaufen kann. Äh, das gibt's bedruckbares, äh, Transparentpapier. Könnt ihr mal googeln, da findet ihr das. So hat man halt wieder was gelernt. So, jetzt schneiden wir uns das mal, die richtige Masse. Was? Ach. So. Und dann gucken wir mal. Was hatte ich hier? Ich weiß es nämlich. Ach ja. Äh. Ja, hier brauche ich eigentlich nicht mehr zu gucken. Ist ja immer das Gleiche. Ein bisschen hier Platz schaffen. Ich hab hier überall was liegen, weil mir jetzt so paar Ideen durch den Kopf geschossen sind. Und deshalb liegt hier überall was rum. So. Also fangen wir mal an. So, dieses Papier ist auch das, was ich nehme für die Zwischenseiten, wo Fotomotten später drauf kommen. So. So. Moment mal. Ich bekomme hier Nachrichten. Ich muss einmal kurz gucken, was da los ist. Okay, das schaue ich mir nachher an. Ist nicht so dringend. So. Erstmal das hier. Das ist jetzt wichtiger. Das andere kann ich immer noch nachher lesen. So. So. Ich geb das mir mal kurz hier beiseite, damit wir ein bisschen Platz haben. Entschuldigung, mein Stuhl quitscht. Das ist mal Zeit, dass ich mir einen neuen kaufe. Ach ja, der Stuhl ist halt so wie ich. Überall quitscht. So. Aber mir quitscht es nicht, da knackt es. Da knacken die Knochen. Bei meinem Alter schon. Ach ha je. Aber nun ja. Man ist ja auch nicht mehr die Jüngste. So. Ich glaub da ist genug. Ach und übrigens. Ich hab das ja mit 8-Glitter-Glue hier angeklebt. Da sieht man überhaupt nicht, wo ich geklebt habe. Super Kleber für Velum. Oder Transparentpapier. Für diejenigen, die den haben. So. Also, wir schauen uns mal. So. So, das ist einfach noch ein ganzes Teil. So, das fertig ist jetzt auch noch einfärben und das ist mir eigentlich jetzt so ein bisschen zu öde. Was können wir da drauf tun? Ich guck mal, wo habe ich denn jetzt hier, ach ja hier, da könnte man jetzt so kleine, die muss ich ein bisschen, doch, sie passen, könnte ich drauf tun, aber ehrlich gesagt sagt mir das nichts. Was könnte ich da machen? Wir werden es erst mal einfärben. Und dann kann ich da drauf achten. So, dann gucken wir mal, so, was könnten wir da machen? Ich möchte hier noch gerne so einen Briefumschlag hier nehmen, welchen würde mir dann jetzt zusagen. Das gibt mir eine Idee. Moment, da kommt mir eine Idee, wenn wir hier, ich nehme jetzt mal die goldenen, so, ich nehme mal zwei. Wenn wir jetzt hier so was tun, wie... sowas in der 8. Und dann vielleicht noch ein Tech und dann hier noch so einer. Eine Fotomatte. Vielleicht mal ein bisschen den Rand da ein bisschen abschneiden, damit das nicht... dann passt das auch drauf. Irgend so was. Und dann auf dieser Seite irgendwas im gleichen Ding hier. So. So. Was... Wie wäre das? Ich glaube, das wäre gut. Oder was meint ihr? Hier. Ich finde das eine gute Idee. So. Wie mache ich das jetzt, damit das jetzt gleich ist wie die andere. Erst einmal werde ich das mir mal einfärben. So. Dann habe ich das mal gemacht. Oh Mann, hier gehen aber wieder die Nachrichten. Mädels, 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 was habt ihr denn wieder alle? Ja. Oh. 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 So. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Moment mal. Wenn wir das jetzt hier zusammen tun. Ist nur jetzt zum Gucken, ne? Na. 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 Ich will doch mal... Ja. 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 So. Das so da drauf. Dann mache ich mir da einen Punkt. So. Wo ist mein Bleistift hier? Okay, und dann nehme ich die beiden, denn wenn ich jetzt da einen Schlitz mache, dann habe ich ihn ja auf der gleichen Seite wie da, dann müsste das ja gehen. So, dann nehme ich mal hier eine Klammer, behalte so, dass die auch gleich sind und dann, so, wo ist meine grüne Matte? Oh mei, hier muss ich erst mal abtun. Ne, ich nehme den anderen, den behalte ich jetzt für mein Wachs. So, wo ist die andere? So, jetzt werde ich mir hier ungefähr, das war die Mitte, ich mache das doch trotzdem ein bisschen so, hier hin von So, und dann So, die Klammer hier durch So, die kommt dann da hin und dann diese, zu dieser Seite, also das kleine Teil nach hinten So, seht ihr das? Ja. Und ja, so kleben wir uns das an, so ist die Klammer befestigt und geht nicht mehr ab und dann können wir hier dazwischen machen, was wir wollen. So, das gefällt mir gut. Und ja, Schapf hoch, dann werde ich hier vielleicht so einen etwas längeren Tag vielleicht mal machen und dann, wo man dann vielleicht mal auch aufschreiben kann. Und dann hier gucken wir, was wir noch da noch dazu machen können, vielleicht ein tolles Embellishment, ich werde es sehen oder einen kleinen Tag noch hier dabei. Aber auf jeden Fall, so in der Art habe ich mir das vorgestellt, finde ich eigentlich eine gute Idee. Und damit das jetzt so hält, werde ich mir mal ein Stück Kleber da drauf tun. So, ich würde sagen, dann kleben wir uns das an und dann sehen wir weiter, was wir tun können. So, woops. So, und mal zur Feuer des Tages habe ich dann auch mal, ich werde euch mal zeigen, das perfekte T-Shirt an, denn ja, es böse Zungen behaupten ja, uh, man muss mit verschiedenen Leuten aufpassen und die wären nicht gut und verderben einem alles und hier und da und hier, guckt mal, ich habe das richtige T-Shirt angezogen. Hier, hier, die böse Wischte, dann wisst ihr Bescheid, also aufpassen, ne? Ah ja, so ist es halt, ne? Aber, äh, nun ja, böse Zungen muss es halt geben und das überall. Schlimm, aber nun ja. Ich bin ja normalerweise eine Person, die sich aus alles raushält, aber wenn man manche Sachen mitbekommt, da könnte man doch ab und an mal was sagen. Aber, äh, dann hält man sich halt ein bisschen zurück, aber es gibt Leute, die meinen, sie könnten über einen erzählen und hier und da, sie können einen besser. Aber, nun ja, sie sollen aufpassen und sich nicht da täuschen, denn, äh, das kann auch einmal rückwärts gehen, ne? Aber, nun ja, es gibt, es gibt solche und solche. Wie sage ich immer, leben und leben lassen. Ich glaube, jeder kann seine Meinung haben über vieles, über alles eigentlich. Man kann sie auch äußern. Man muss nur aufpassen, wie man es sagt und, ähm, ne? Damit keiner verletzt wird oder einiges, ne? Und dann ist es ja auch, ne? Es sind nur die Esel, die ihre Meinung nicht ändern und immer auf ihrem Standpunkt bleiben, ne? Das, äh, ist ja auch so ein Ding, ne? So. Jetzt genug davon. Das haben wir. Ich hab gesagt, vielleicht eine Fotomatte hier. Äh, schneiden wir mal ein bisschen hier die, das Schwarze ab. Also. die könnte man hier noch drauf kleben oder hier mit dazwischen oder noch hinten dabei 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 tun da werde ich sie nicht tun das wieder raus ja dann hier oder was haben wir noch haben vielleicht noch was die sind zu breit moment ich habe hier alles kommen wir gucken mal was ich hier noch so anbietet dass wir kleben könnten könnten vielleicht auch mal so ein teil das wäre doch auch mal was so was hier sowas hier das wäre doch auch mal toll ja wir haben noch genug es ist ja nicht wie wenn wir nichts mehr hätten und wie wäre das hier sowas ich glaube das ist besser wenn man das so drehen kann das ist nichts sowas könnten wir auch noch hier hin tun das ist nicht gut was haben wir hier was steht da drauf sowas sowas hier was haben wir hier das wäre doch auch das könnte ich mir aber auch gut hier vorstellen so ein herzen so ein herzen mit so 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 mal gucken ich weiß es noch nicht und hier so ein beauty das wäre doch auch mal schön das gefällt mir auch nicht und wir nehmen das mal das haben wir hier das ich möchte es auch nicht allzu dick hier haben und dann lassen wir das mal beiseite irgendwie sowas und dann hier werden wir uns noch einen tag machen ja dann würde ich sagen dass wenn wir uns noch mal an kleben hier so das könnte ich auch nur hier unten an kämen da kann man da noch was reinstecken keine dumme idee geht das moment man schon das mal gucken könnte man noch in tech reinstecken wäre gar nicht so eine stumme idee oder ich glaube man hat genug hier oben um einzustecken kommt wir kleben das mal ganz an oh my oh my oh my jetzt muss ich was trinken ich habe irgendwas was mir auf stößt ist wohl der kaffee ich habe wahrscheinlich zu viel kaffee getrunken moment mal entschuldigung ich muss mal kurz so ein bisschen mineralwasser und dann ein tag so das machen wir mal so ja dann ist das auch ordentlich zu ein tag was haben wir für papier wo wir ein tag machen können das passt das passt ist zwar nicht von der kollektion aber es passt wie groß möchte ich den tag haben wir stecken das mal hier rein so erst einmal bis so bis dahin da schneide ich mir mal ab und ich würde sagen so bis hier dann gucken wir mal was ist das jetzt für eine größe so kann man immer noch gebrauchen und dann ein tag ich glaube ich werde das ich mache da was drauf was haben wir hier noch ich klebe da was drauf ich komme raus aber ganz genau drauf ja das werden wir tun das klebe ich erstmal hier drauf denn ich möchte auf der seite auf der rückseite was haben wo man dann vielleicht was drauf schreiben kann ich werde hier drauf aber einfach bis dann auf der rückseite was sie auf den Okay. 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 Ich lasse das aber nicht so. Wie sollen wir das hier oben tun? Soll ich einfach schräg. So nicht, aber vielleicht so. Oder soll ich mit einer Stanze arbeiten? Ja, wir gucken mal. Ich mache mal erst den Kleber zu. Und dann gucken wir mal. Was habe ich mir hier? Ich habe mir nämlich hier ein paar Sachen rausge... Oh, sowas wäre toll. Oh, wir nehmen das. Wir nehmen das. Aber nur... So, jetzt muss ich aufpassen. Das ist so. Das Teil würde ich... Oh, ich glaube, die in der Mitte. Das mal gucken. Also, der von der Mitte. Jetzt gucken wir das mal. Ja, das passt, das passt. Richtig. Super, das passt. So, dann nehme ich mir hier... Ein Stück Washi. So, dann lege mir das hier drauf. Und dann kurbel ich mir das mal durch die Maschine. Und dann kurbel ich mir das mal durch die Maschine. So, ein bisschen angeklebt. Ich muss die Stanze ein bisschen hier auf der Seite ankleben, dass die auch bleibt da, wo sie soll. So, und dann schmeißen wir das mal hier durch. So, da habe ich jetzt ein bisschen. So, damit hatten wir dann einen Tick. Den werden wir hier auch noch ein bisschen... Hier rundherum einfärben. So. Auch auf dieser Seite. So, wie lange sind wir... Oh, schon 42 Minuten. Die Zeit vergeht. Wie ist mit meinem Labern? Ich labere zu viel und arbeite nicht genug. So. So, und dann können wir den hier reintun. So, ob ich da noch ein Loch tun werde und was durchziehen werde, weiß ich nicht. Ich habe mir hier nochmal die hier rausgeholt, denn das sind auch Farben, die passen würden. Hier dieses blaue oder das hier. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen, kann sein, dass ich vielleicht das eine oder andere wechsle. Das muss ich mir noch, das sehen wir später. Also auf jeden Fall wäre das unsere Innenseite hier. Ich denke, das sieht gut so aus, das kann man sich dann rausnehmen, hier kann man drauf schreiben, hat man halt einen großen Deck und hier hat man einen kleinen Briefumschlag, da werde ich noch so einen kleinen Text später reintun. Und dann hat man das und ich denke, das wäre okay so, ne, was meint ihr? Ich finde, das sieht ganz gut aus. So, hier kommt unsere rein und dann kämen wir hierzu. So, hier werde ich einfach nur matten. Was klebt denn da? Da ist was. Was ist das? Ich sehe es nicht. Bestimmt ein bisschen kleben. So, also das werde ich einfach nur matten. Gucken, was ich hier noch habe. Von Papieren und, ne, das genügt nicht. Das genügt auch nicht. Hier habe ich auch noch ein Teil. Das ist auch zu klein. Das hier auch. Okay. Ich habe aber auch noch ein größeres. Das passt aber. Da rein. Okay, das nehme ich dann mal für hier. Das heißt, ich werde... Oh, das wird... Ist aber okay. Hier werde ich abschneiden. Hier werde ich abschneiden. Ich werde ich... Das ist es... Okay. Ich werde mal für dich. Hier werde ich... Ich werde mich abschneiden. So, das kommt da rein und dann brauche ich. Ich glaube, ich werde hier das hier nehmen. Und ich nehme mir mal zwei Stück. Moment mal, die Tür ist nicht richtig zu. Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Ein bisschen später. Aber das merkt ihr ja nicht. Ich habe mir jetzt mal ein Video angeguckt. Das ist ein klein Mutzvideo und das finde ich immer toll. Ich liebe Mutzvideos, wenn die Leute mal ehrlich ihre Meinung sagen. So, und dann derjenige, der meint, der könnte mit uns machen, was er will. Und dann mal eine ordentlich auf die Nase bekommt. So, deshalb ja. So, mich freut es immer. So, wie ihr seht, ich habe das schon alles geschnitten, was ich hier drauf machen möchte. Ich hatte ja jetzt ein bisschen Zeit, aber ich war jetzt neugierig. Was ja, die Hedwig zu sagen hatte. Das hat mich jetzt sehr interessiert. Ich wusste ja, um was es geht. Denn es geht ja auch. Ich wurde ja auch erwähnt. Und ja. Ich lache. Ich lache nur. Ja, ich verstehe es, dass das... Die Hedwig nervt. Verstehe ich ganz gut. Aber, dass das ihr, wie sagt man so schön, auf den Sack geht. Ja. Das ist halt, jede Person ist anders. Und ja. Ich würde mich über solche Nachrichten, wenn ich solche Nachrichten bekommen würde. Ich würde mich, ich würde mal gut lachen. Ne. Denn ich weiß ja, wie es ist. Und denke, ja, du kennst mich gut. Aber nun ja. Jede Person ist anders. Den einen geht es ans Herz. Den anderen nicht. Und ich bin da eher der... Wie soll ich sagen? Ja, ja. Red mal, ne? Red mal. Und dann reg dich mal gut auf. Und wenn du fertig bist, dann sagst du Bescheid. So. Ich bin eher so der Typ. Ja. Um mich biegen zu können, da muss schon was kommen. Und nicht so harmlose Nachrichten. Ja. Das ist schon... Aber nun ja, jeder ist da anders, ne? So. Genug davon geredet. Jetzt geht es hier weiter. Und zwar werde ich das jetzt hier... Kleben wir das an. Und dann... Hier passen. habe ich vor. So. Die sind besser. Hier. Nur zwei Fotomatten aufzukleben. Das hier ist hier eine Tasche. Und dann hier eine große. So. Wieder ein bisschen so schräg. Eine große. Und dann hier für... Was wir hier rein tun werden, überlege ich mir dann noch. Also das werde ich jetzt mal ankleben. Und dann sehen wir uns dann wieder, sobald das aufgeklebt ist. Was wir dann noch tun. Okay. Das hätten wir. Hier. Ich nehme das mal hier weg. Einmal kurz. Leg mir das mal hier hin. So. Und dann werden wir sehen, was... Die werden wir da drauf kleben. Und... Die sind hier ein bisschen schräg. Aber ich möchte da noch irgendwie... Ein bisschen... Gucken, was wir hier noch so haben. Vielleicht diesmal mit Blümchen. Dann... Da sind das jetzt alle nur so große. Das muss ich jetzt gucken. Denn dann werde ich mir kleinere nehmen. Und dann... Das sind jetzt alle große. So. Dann... Guck ich mal. Ich hatte... Von Elisabeth... Ganz viele... Ne? Auf der Hand geschnittene Blümchen bekommen. Und ich denke... Die passen... In der Farbe. Wenn ich mir das so ansehe. Und... Da kann ich mir vielleicht der eine oder andere... Hier... Entschuldigung, wenn es jetzt ein bisschen knischt hat. Könnte man ja... Sowas hier... Mal gucken... So ein bisschen... Ich glaube ich schneide mir das hier... Das Stückchen hier ab. So dass ich hier nur... Die Blume hier habe. So. So. Was meint ihr? Ich glaube das sieht toll aus. Und hier werde ich mir auch noch... Irgendwas... Irgendwie so ein Ding hier in die Mitte... Irgendwie so ein Ding hier in die Mitte... Irgend ein Spruch drauf. Mal gucken... Was haben wir hier noch? Ich habe doch noch hier irgendwo... Irgendwo... Das nicht... Moment... Könnte ich auch... Anstatt diesen hier... Nehm ich das... Ist jetzt nur mal so... Und dann hier so... Das da drauf... Ne... Was meint ihr? Das sieht doch toll aus. Hm? Ich glaube das werde ich auch so machen. So. Ja ich würde sagen... Dann... Kleben wir das an... Und dann... Ja... So... Ups... Dann versuchen wir das mal hier... Ups... So... Ein bisschen schräg hier... So... Und dann hier diese Blümchen... Ja... Also nur ein bisschen... Damit man das Foto da noch da... Drunter bekommt... Ne... Aber erst... So... In diesem Sinne... Danke Elisabeth... Für... Deine... Dein Geschnibbel hier... Jetzt siehst du... Es kommt... Es wird verschafft... Oh... Das ist doppelseitig... Ach... Ja... So... So... Oh... 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 Wer schreibt mir da... Ah... Okay... Ja... Das lese ich nachher... Ähm... Ja... Hier läuft... Ja... Das Handy... Das Smartphone auf... Volltouren... Heute ist wirklich was los... Ich habe es aber auf stumm gestellt, damit ich hier nicht allzu viel gestört werde. So, das hätten wir. Ich muss mir mal wieder hier ein bisschen Platz machen. So, dann werden wir erstmal die hier ankleben. So, das hier, dass ich trotzdem ein bisschen die Mitte habe. So, und nun kommen wir hierzu. So, manchmal so kleine Teile, das genügt schon, um ein bisschen die Seite zu verzieren. So, ein bisschen Kleber drauf. Mal gucken, dass ich das jetzt... Steht da was geschrieben? Ich kriege das nicht. Ach, ist egal. Und das kleben wir dann hier drauf, aber nur in der Mitte, dass man unten wieder Platz hat, um ein Foto zu kleben, die Fotos zu kleben. Also nur ein bisschen Kleber in die Mitte. So, 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 damit hätten wir das. Und dann gucken wir, was wir hier noch in unserer Mitte machen. Und dann hier, hier habe ich schon, das ist, ich habe das schon auf rotes Papier einfach aufgeklebt. Und das werden wir auch noch verzieren. Und da möchte ich, ich hatte mir was ausgeschnitten, jetzt muss ich gucken, wo ich das hingelegt habe. So, so, oh! Ich habe das hier noch mit drin. Nein, das liegt hier nicht mehr mit drin. Okay, wo bin ich denn damit jetzt hingegangen? Kurz gucken, dass ich irgendwo was... dann müssen wir mal hier einmal gucken jetzt einmal hier wieder alles ein bisschen ich habe es gefunden ich hatte es hier hingelegt das mal wieder hier rein so das hier ich habe mir gedacht ich könnte hier das hier aufkleben und das hier und da könnte man aber nur hier und da und da könnte man da noch so Fotomatten einstecken so das habe ich mir gedacht und ich glaube das mache ich auch erst einmal hier und dann dieses hier werde ich noch ein bisschen abschneiden ich glaube das genügt wenn wir das so aufkleben so und das das schneiden wir weg so habe ich mir das vorgestellt dass man dann hier ein Foto rein tun kann und vielleicht was haben wir hier ja so so Das war's. Ein bisschen schräg, dass man sieht, dass da zwei Sachen drin sind und dann vielleicht noch... Ne, die lasse ich raus, so sieht man das nicht. So, dann haben wir hier noch so ein fancy Teil, das wir dann hier so reinstecken können. Ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann hier noch. Und dafür habe ich mir gedacht, ich mache eine Tasche und da habe ich mir ein paar Sachen vorbereitet. Und zwar hier so ein langes Teil, was ich gefalzt habe und hier so ein Teil, wo ich auch. Und das möchte ich jetzt hier so aufkleben und dann hier in so einer Klappe vielleicht noch was Schönes hier drauf tun. Und das möchte ich dann hier reinstecken. Was meint ihr? Ich glaube, dann wäre diese Seite auch ganz schön toll. So, dann machen wir das noch. Ja, Maßen für euch, wenn ihr das nachmachen möchtet. Also, das hat eine Breite von 12 cm und eine Länge von 26,5 cm. Und das falzt ihr hier einmal bei 5 cm und dann habt ihr hier ein Stück von, sagen wir, 20,5 cm. Und in der Breite 15 cm und dann überall 1 cm und dann müsste das hier 15, 14, 13, nee, dann ist es zu viel. Denn das ist 12. Nein, dann macht von 14 cm eine Breite von 14 cm. Und dann kleben wir uns das dann hier drauf. Aber erst werde ich das anfärben und dann, ja, gucken wir, was wir da noch tun können. Ja, was meint ihr? Sollen wir, sollen wir nicht. Doch, ich glaube schon. So, ich werde das mal einfärben und dann sehen wir uns wieder. So, habe ich das dann mal eingefärbt und dann kleben wir uns das hier auch wieder an. So, erst mal dieses Stück hier. So. 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 So, und dann kleben wir das hier auch noch da drauf. So schnell hat man da auch noch eine Art Briefumschlag gemacht. Einfach mit zwei Papieren und schon hat man einen Briefumschlag. So, den werden wir uns dann auch noch ein bisschen verzieren. So, 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 guck mal, was habe ich hier noch für Papiere hier rumliegen. Und da habe ich drauf geschnitten. Komm, ich guck mal hier. Hier habe ich noch ein Teil. Und hier, das ist auch noch ein großes, glaube ich. Moment mal. Oh, das genügt ja auch. Das könnte ich dann hinten drauf tun. So was. Hier hinten drauf und dann hier vorne. So ist richtig gedreht. So was. Was meint ihr? Ich denke, das wäre gut. Gut. Und dann brauchen wir noch etwas für die, jetzt rede ich Luxemburg schon mit euch. Das könnte ich auch innen nehmen. Nein, ich möchte da das. Rote haben. Hier innen vielleicht noch einmal blau. Und hier draußen. Ich möchte so ein rotes haben. Da muss ich mir dann ein neues Teil hier nehmen. Moment mal. Ach. Ne. Ist nicht alles drin. So. Jetzt aber. Also das und das und das. Und wir werden erstmal dieses hier machen. Erst einmal messen. Mann, ich bin jetzt ein bisschen durch den Wind. Ich bin ein bisschen durch den Wind. Macht sich doch Gedanken. Obwohl mir könnte es ja egal sein. Ist es mir aber nicht. Ich fühle mit. So. Was habe ich gesagt? Warte. Wie geht's? Bis mal. Zwei. Zwei. Okay. Also das kommt hier drauf und dann nehmen wir uns dieses Teil hier. Also das kommt hier drauf und dann kommt hier drauf und dann kommt hier drauf. Und das ist dann für hier drauf. So, ich möchte eigentlich, dass das zu bleibt, dass ich da nicht noch ein Magnet darauf tun muss. Oder soll ich das hier rein tun? Ich könnte das auch hier rein tun und da was anderes machen. Also das ist dann noch ein bisschen drauf. Und dann muss ich das noch ein bisschen drauf tun. Also das ist dann noch ein bisschen drauf. und dann fehlt mir noch für hier und da möchte ich ja da muss ich von einem neuen teil schneiden ja ich würde sagen ich klebe das jetzt mal an und dann auch wie sie was ich mache das jetzt wir machen das jetzt zusammen und dann ist auch eigentlich die seite da fertig da kann man dann wieder man kann der fotos rein tun ein bisschen wenn man was zu schreiben hat was man dann so alles in einem in einem album haben möchte dieses teil hier wir werden das aber noch ein bisschen verzehren ich weiß zwar noch nicht mit was diese tasche hier aber briefumschlag es ist ja eher wie ein briefumschlag nur ein etwas anderes format dann nehmen wir mal dieses teil hier so das kriegen wir an so 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 und ich habe mir gedacht das könnte man vielleicht so so was in der art dann hat man noch so was wo man das ausziehen kann und wir gucken das mal immer gucken was man so zu hause liegen hat es kann immer sein dass man das vielleicht mal gebrauchen kann und ja ich denke das wäre gut so kann man das nur wenn das drin ist kann man das hier so schön ausziehen und dann fotos da rein tun ja 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 mal gucken was ist mir jetzt runter gefallen so ein bisschen ein bisschen gold verziehen sollen wir mal versuchen haben wir schon länger zeit nicht mehr gemacht so ein bisschen aber nur ein bisschen nur so ein ganz bisschen so das genügt auch schon so nur ein bisschen sein ein bisschen folie tipps so und ich könnte mir das auch ein bisschen hier vorstellen das ist okay so nur so ein bisschen das ist okay so ein bisschen das ist okay so ein bisschen Okay. So ist noch besser. Ein bisschen Foliertes da drauf ist. Das ist gut so. Und dann ein bisschen hier auf der Blume. Ich denke, das wäre gut so. Wie gesagt, es soll ja nur ein bisschen sein, ein bisschen Akzent gesetzt werden. Und ich denke, das ist okay so. Damit hätten wir diese Seite fertig. Eineinhalb Stunden für eine Seite. Ach du je. Aber fertig ist sie. So. Dann schauen wir mal hier. Jetzt sind wir ja. Bald. Bald haben wir es ja geschafft. Hier muss ich noch ein bisschen. Ja, da kommt auch nach. Da haben wir noch ein bisschen zu tun. Wie haben wir noch zu tun? Ups. So. Und diese Seite, die kommt hier hin. Und ich finde, das sieht gut aus. Hm? Was meint ihr? Mir gefällt's. Mir gefällt's. Mir gefällt's, so wie es ist. Gut. Festdrücken und ankleben. So. Damit das auch schön da drin bleibt. Also mir gefällt das eigentlich richtig gut. Hm. Ein bisschen vergoldet. Und da könnte man hier auch ein bisschen tun. Komm, wir machen da auch nur ein bisschen. Aber nur ein ganz bisschen. So. 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 Dann haben wir da auch noch ein bisschen. Oh! Das sieht toll aus. Gefällt mir richtig gut. das wäre das hier wäre ein bisschen gold hier und hier und dann hier haben wir ein bisschen da wo wir haben ja noch ein bisschen hier zu tun hier könnte man auch noch werden wir sehen wo wir vielleicht noch ein bisschen hier vielleicht den rand ein bisschen vergoldern das sehen wir dann wenn wir mal so weit sind ja ich würde sagen das ist toll und dann kommen wir eigentlich dann auch zu unseren unserer letzten seite da haben wir ja das teil hier in die mitte gemacht das heißt das kommt hier so drauf und dann brauchen wir nur noch hier und da werde ich wieder das machen wir noch denn da kommt nicht allzu viel da werde ich wieder eine große tasche hin tun also erst einmal noch hier da Da nehme ich jetzt das hier, ich werde mir das zurechtschneiden. So, ich werde das zurechtschneiden. So, ich werde das zurechtschneiden. So, ich werde das zurechtschneiden. Und hier werde ich wieder so einen Halbkreis ausstanzen. Aber diesmal hier unten. Das ist mir nicht braun genug. Das weiße noch zurechtschneiden. So ist besser. Also einen Halbkreis. Und den mache ich hier. Aber nur so ein bisschen. Und dann wird das hier draufgeklebt. Ich werde das zurechtschneiden. Ich werde das zurechtschneiden. Und das kleben wir uns dann hier, hier und hier wieder an. Die drei Seiten. Es wird hier eine Tasche. Ich habe wieder eine Haltung hier. Ich lege mich wieder an. Also ehrlich. Ich lege mich wieder an. Ich lege mich wieder an. Ich lege mich wieder an. So. Und dann haben wir hier wieder. Ups. War noch nicht fest genug. So. Und dann haben wir hier wiederum eine Tasche. Ich muss das. Das will nicht kleben. Warum auch immer. Dann klebt es jetzt. Das ist gar kein Problem. Ein bisschen mehr. Ich war vielleicht jetzt ein bisschen zu geizig mit dem Kleber. Das könnte auch sein. So. So ist es schon besser. Und somit wäre diese Seite auch fertig. Die werde ich nicht verzehren. Ich zeige euch auch warum. Also noch was da drauf. Man könnte. Wenn man möchte. Neue Fotomatte oder hier. Aber ich werde da nichts darauf tun. Wir haben ja noch hier unser Cover. Die kommt jetzt hier. Wird jetzt hier rauf geklebt. Und das wird vermattet. Dann hier werden wir noch ein bisschen Papier drauf tun. und Fotomatten. Und dann hätten wir die Seiten sozusagen fertig. Dann bleibt noch das Cover. Vielleicht noch eine große Tasche oder irgendwas. Das sehen wir dann im nächsten Video. Also ich werde das jetzt noch mit euch einkleben. So. 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 Damit wären unsere Seiten jetzt alle ungefähr dekoriert. Dann werden wir uns im nächsten Album kümmern wir uns dann hier um unser Cover. und dieses Teil hier. Ich werde jetzt im Kamera aus ist hier schon meine meine Papiere hin tun. Und auch hier da muss ich auch noch einfärben alles Papiere ein einkleben. So wie hier schon. Und wahrscheinlich auch schon meine Fotomatten. so dass wir im nächsten Video uns ja um die Rückseite vom Cover kümmern. und dann alle Taschen und hier das Büschlein und hier die Tags und überall wo noch Tags fehlen und wo noch ein bisschen irgendwas verzehrt wird. Machen wir dann im nächsten Video. Das heißt nächstes Video. Äh. Innen Cover und alles verzieren damit das Innenleben ganz fertig ist. und dann in unserem letzten Video werde ich dann im letzten. Nein. Es ist nicht das letzte Video oder? Äh. Nein. Es wird nicht das letzte Video sein. Und dann das zweitletzte Video dann werden wir auf. Da kann ich vielleicht auch mehr machen. Das werden wir sehen. Äh. Jetzt kümmern wir uns um Cover und was wir hier auf unser Zitat wie wir das noch verschönern werden. Und dann werde ich euch zeigen wie man noch ein. Ich möchte ja hier in die Mitte ja noch ein Travelers Notebook da rein tun. Wie wir das tun werden. Das werde ich euch dann noch alles zeigen. Im nächsten Video dann das Video danach. Also nächstes Video wird äh. Innen Cover sein und alle Sachen die wir noch fertig gestalten müssen. Dann machen wir auch unsere Siegel. Und äh. Verzieren noch hier und da was wir tun müssen. Alles was innen ist. Dass innen alles fertig ist. Und dann äh. Ja. Das wäre dann in. In zwei Tagen wo wir das tun werden. Und dann ähm. Ich werde sehen. Entweder am Samstag oder am Sonntag gucken wie ich Zeit bekomme. Werden wir dann uns um das Cover kümmern. Und wie wir dann ein Traveler Notebook. Wie wir das äh gestalten werden. Und dann gucken ob ich das schon hier äh rein bekomme und nicht. Und dann wäre eigentlich unsere Serie fertig. Und ja. Wir werden sehen. Was da noch. Was wir noch alles so tun können. So. In diesem Sinne habe ich jetzt genug gelabert. Wir haben heute ordentlich was geschafft. Also diese ganze Seite haben wir fertig bekommen. Äh. Und äh. Äh. Ja. Eingeklebt. Und diese haben wir eingeklebt. Und hier kommt die Korkam ja nur eine große. Aber egal. Wir haben ordentlich was geschafft. Denn eigentlich hier. Diese Seite und diese sind ja komplett fertig. Brauchen wir ja nichts mehr zu tun. Ähm. Hier habe ich nur ein paar Sachen eingesteckt. Aber hier sind ja noch ähm. Ja. Hier werden wir noch gucken was wir da noch tun können. Hier müssen noch Fotomatten drauf. Und äh. Hier noch irgendwas. Gucken was wir da rein tun können. Also wir haben noch ordentlich was zu tun. Das ist dann fürs nächste Video. So. In diesem Sinne. Verabschiede ich mich. Verabschiede ich mich von euch. Für heute. Und. Ja. Wie immer. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und. Wir sehen uns in zwei Tagen. Tschüss.